Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Anno 1602. Ja, da sagen sie auch gleich. Jawohl, mein Fürst. Muss erstmal wieder kurz reinkommen. Ja, alles schön und gut. Ist ein bisschen her. Der Lauf ist übrigens mittlerweile vorbei. Ich kann meine Zeit aber nicht einsehen, leider. Würde ich wirklich gerne machen. Dafür könnte ich auch mal rüberhauen. Kann ich ihm eigentlich irgendwas verkaufen? Werdet mir gerade so auf. Gewürze und Alkohol. Gewürze könnte ich ihm liefern. Ansonsten. Werkzeug, das brauche ich selber. Äh, hat's Badeaus wieder gebaut. Das fällt ihm ein. Wir brauchen natürlich noch mehr Kanoniere. Ach ja, die war noch im Bau. Okay, wir bauen gerade Primärkanonen. Ausbauen werde ich sie erstmal nicht. Ich kann meinen Rechten abends bewegen. Doch, danke Katze. Schauen wir doch mal. Ich müsste auch ehrlich gesagt langsam... Ah, jetzt ist sie gegangen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Plus 11 immerhin. Allerdings darf ich nicht vergessen, ich muss ja auch Schutzgelder bezahlen. Ah, das geht auch ins Geld mit der Zeit. Und solange man es sich nicht leisten kann, ist das schlecht. Sehr gut. Oh, der ist schon auf Kaufleute-Status. Ich werde nicht lange da und dann holt er sich die nächste Insel. Ich will auf jeden Fall diese hier. Ja, die ist besser als die anderen. Die Frage ist, ob ich das hinkriege, ihn auf so viele Aristokraten zu bekommen dann. Aber auf jeden Fall muss ich ihm dann sehr, sehr viel Zeug liefern. Eine Einheit wurde ausgebildet. Ich kann ja permanent Einheiten produzieren. Ist ja gar kein Problem für mich. Ich muss auf jeden Fall verhindern, dass er sich groß ausbaut. So, wie immer. Das größte Problem sind natürlich immer noch diese blöden Türme. Und die... Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ja, der darf bauen. So, haben wir auf jeden Fall eine Menge Geld gemacht. Haben wir noch Eisen übrig? Nicht wirklich, das schließt alles in Kanonen gerade. Das machen wir erstmal auch aus. Damit die Bilanz besser wird. Zu Befehl! Keine Gnade! Jawohl, mein Fürst! Ach, Acker! Komm mal hier, hinter. Jetzt die Vorsäge! Ich kann doch nicht akzeptieren, dass der dann wieder anfängt, hier nachzubauen. Ach, Ackerlichten! Das geht einfach nicht. Soldaten sind ausgebildet. Genau. Genau. Ich werde auf jeden Fall später noch eine neue Insel brauchen. Weil hier kriege ich auf jeden Fall nicht genug von allem drauf, was ich brauche. Also, Tabak und Zuckerrohr habe ich hier zwar drauf, aber, mhm. Fällt mir gerade ein, ich brauche ja auch zwei Inseln. Richtig. Ich wollte, da fällt mir gerade ein, ich wollte ja hier meine zweite Insel drauf machen, weil... Naja, Gewürz habe ich drauf. Aber die ist halt entsprechend groß und es gibt wenig Alkohol, oder? Ja, Alkohol ist echt ein bisschen rar. Tabak? Ist sie nicht erkundet? Oh, tatsächlich nicht. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Eine Gewürzinsel wäre mir aber lieber... Das erkennt man ja eigentlich an der Vegetation, fällt mir gerade so auf. Hier werde ich auf jeden Fall Wein abbauen... Äh, anbauen müssen, aber... Hm. Ich werde sehr viele kleine Weininseln haben müssen. Damit ich nicht weinen muss. Schlechte Witz, es geht schon wieder los. Alge, Alge! Alge! Eine Klauverkörte Landklauverkörte! Keine Gnade! Alge! Wir nach! Oder einfach neue Häuser. Weißt du überhaupt warum? Neue Einheiten sind bereit. Um zurück zum Lauf zu kommen. Ich habe... Eine bessere Zeit gehabt, als ich erwartet hätte. Aber ich kann sie leider nicht einsehen. Zu Befehl! Ich hoffe, ich reiße das bald ab. Und ich sehe gerade auch mal den... ...den Holzfäller. Den werde ich im Kleinen hauen. Sehr gut. Und das kostet ihn jetzt mehr Zeug, wenn er Holz holen muss. Also wenn er es nicht mehr abbauen kann, dann kostet das natürlich was. Ah, das ist auch einer. Eine Einheit wurde ausgebildet. Habe ich den jetzt runtergeschickt? Wo habe ich... Ah, okay. Sehr gut. Mit dem kann ich jetzt das nächste... ...nächsten Kanon drum klein hauen. Ich verliere immer eine Einheit wenigstens. Neue bauen kann er nicht. Das ist ein großer Vorteil. Ich haue lieber alles klein, endlich gesagt. Zu diensten, mein Fürst. Ehrlich gesagt, ihr... ...wird wahrscheinlich gleich ein Konto zerstören müssen. Da bauten aber gerade nicht nach. Heihei, Käpt'n! Voller Breitzeite! Neue Einheiten sind bereit. Voller Breitzeite! Voller Breitzeite! Voller Breitzeite! Voller Breitzeite! So, ungens deem man accordance. Gebt Breitseite. Gebt Breitseite. Gebt Breitseite. Volle Breitseite. Gebt Breitseite. Und die Frauen natürlich auch. Gebt Breitseite. Ey. Zu Befehl. Gebt Breitseite. Eine Einheit wurde ausgebildet. Zu Befehl. Zu Befehl. Geht doch. Zu Befehl. Keine Gnade. Für Land und König. Ich komme direkt dran. Ja, sieht cool aus. Hier nach. Die schießen natürlich auch immer auf den Verletzten. Am meisten Verletzten. Zungen angriffen. Atacke. Hier nach. Ich habe übrigens beim Lauf meinen ehemaligen Chef geschlagen, der sich immer... Volle Breitseite. ...der mir jedes Mal regelmäßig sagt, dass ich zugenommen habe. Dezent nervig, aber er ist einfach ein Arsch. Ist halt so. Manche Menschen sind halt einfach so. Den könnten wir eigentlich mal wieder anmachen. Ach ja, ich habe ja noch eine Insel hier. Ich vergaß. Die wollte ich ja mal weiterbauen. Ganz vergessen. Ich habe hinter ihm angefangen jedenfalls und zum Schluss habe ich ihn noch eingeholt. Man hat so einen Chip, so einen Laufchip. Am Start fängt er an zu zählen und am Ende der Ziellinie wird er deaktiviert. Da weiß man ganz genau, wie lange man gebraucht hat. Finde ich ganz praktisch. Für unseren Herrscher. Für unseren Herrscher. Ich habe den Chip beinahe vergessen. Ich wusste, ich habe das das erste Mal gemacht, so einen Lauf. Und ehrlich gesagt, ich habe das Ding genommen und ihn zur Seite gelegt. Ich wusste nicht, wofür er da... ...dass das was ist, was ich an den Schuh machen muss. Bis man das mal immer gesagt hat. Mir nach. In die Wanten. Zu Diensten, mein Schirf. Wäre vielleicht ein bisschen doof gewesen. Allerdings habe ich meine Zeiten so oder so noch nicht. Ich will die unbedingt haben. Wir wissen, ob ich es wirklich um die 30 Minuten geschafft habe. Beim Training war ich immer viel, viel schlechter. Aber ich habe es auch wirklich durchgeschafft. Wenn man da ein paar Leute hat, die mitlaufen, da kann man sich an einigen Leuten orientieren. Und dann kann man auch wirklich leichter durchhalten, habe ich das Gefühl gehabt. Sollte das. Verreiche ich den? Ja, sieht gut aus. Für Land und König. Das brauche ich langsam. Jawohl, mein Fürst. Auf dem Bogen hier. Für Land und König. Bringt noch nichts. Nein, nein, nein. Oh, ich dachte gerade, die laufen im Reichweite von den Dingen. Halt! Das ist eine gute Position. Das ist eine gute Position. Das ist eine gute Position. Ach, weiß handelt auch. Oh. jetzt hat er einen hohen status schon erreicht er ist auf jeden fall weiter als wir aber aktuell kann ich da noch nicht viel machen soldaten sind ausgebildet die ist hässlich aus auf der karte jawohl mein fürst schiffsreparatur beendet eigentlich sollte ich die bogen stehen lassen die kosten nicht geld aber ich will ja alles platt machen diese blöden türme wohl den hier kriege ich von dem schiff das spart auf jeden fall eine menge soldatenleben hängt heute öfter kann das sein ich muss auf jeden fall der werkzeug mitnehmen du musst auf jeden fall gewürze mit rüber nehmen die behäuser werden ich nicht viel bringen schätze ich mal neue einheiten sind bereit aber die brauche ich schon gar nicht mehr die einheiten könnte sein dass ich nicht mehr brauche ich bin mir nicht sicher gewürze sind meine die die Das ist mein Zuckerrohr! Du gehst wieder hoch. Weil ich noch mehr Soldaten brauche. Der ohne Stein kann jetzt absolut nichts machen. Und der Führerquall an sich bringt auch nichts. Der verkauft ja auch nur Zeit. Wie im Serial Billions an sich ist der Fall relativ nutzlos, der kauft nur Zeit. Was ist der Fall? Das kann ich später auch nur als Versorgungsschiff verwenden, glaube ich. Oh, super, das hat den Markt am Leben erhalten, schätze ich. Oh, und das hat ihn... das da hinten am Leben erhalten. Ja, die sind halt doch nicht ganz unnütz, die Kanon-Türme, auch im Nachhinein nicht. Das fällt dir ein. Ah, der baut sich hier wieder aus. Na klar, was wir auf eine Seite zerstören, baut die KI... äh, was? Baut die auf andere Seite wieder an. Das ist normal. Die KI hält sich relativ lange, wenn es sich diesen Trick geben wird mit dem Erobern. Lieber erobere ich die Insel vollkommen neu. Jetzt lasse ich dem was lasse. Zu Befehl. Keine Gnade. Die Holzfäller kann ich ja lassen. Setzt neuen Kurs. Dann kann ich schon mal arbeiten. Ein bisschen mehr Wein. Wäre nicht schlecht. Haben Sie genug Nahrung? Ja, Stoffe sinken. Ich glaube, ich muss Gewürze nachziehen. Ich habe jetzt absolut noch keine richtige Versorgung. Fällt euch das auch auf? Also es läuft alles so ein bisschen. Aber nicht so wirklich. Ich mache die Soldaten weg. Spart Geld und ist gut für die Umwelt. Wenn es weniger Soldaten gibt, ist es besser. Für alle. Er klammert sich wirklich mit aller Kraft an das an sein Leben. Ein Schiff wurde repariert. Ich werde dann erstmal ein paar automatische Handelsrouten einrichten. Sobald ich das hier habe. Ernsthaft? Ich will die Holzfäller aber echt nicht kaputt machen. Ich mache das so schnell. Das größte Problem ist, dass ich immer hinlaufen muss. Und kann hier sein nicht die schnellsten. Aber die haben die größte Zerstörungskraft. Danke. Das kennen wir. Erobert ist die Insel schnell. So, jetzt müsste ich eigentlich anfangen können mit den automatischen Handelsrouten. Setzt neuen Kurs. So, kannst du mir jetzt hierbleiben. Nachdem wir den jetzt endlich weg haben, kann ich mich auch wirklich mal auf den Ausbau konzentrieren. Okay, wir haben zwar eine negative Bilanz, das ist aber alles noch okay. Das wird jetzt ein reines Handelsschiff für ihn hier. Ich kann die Gewürze und Stoffe gut verkaufen. Das ist super. Denn davon habe ich, ja, Gewürze vielleicht nicht, aber... Also, das wird jetzt meine beste Einnahmequelle. Gold könnte ich auch anfangen. Habe ich denn eigentlich schon den... Gold kann ich abbauen, das ist kein Problem. Das größte Problem ist, ich muss haufenweise Nahrungsinseln für ihn dann finden. Ich muss dann mit Handelsschiffen hinfahren, die nur aus Nahrung, voll mit Nahrung sind. Zehn. 19, ah ja, kann man Gewinn machen. Nicht viel, aber es ist Gewinn. Schiffe kosten ja nichts von daher. Ich muss mir meinen Auftrag jetzt immer wieder anschauen. Zwei Städte mit 1000, ja, ja, ja. 1000 Kauflöte. Ach, ich würde mal wie esser bestellen. Scrollen. Zwei Städte mit 25. 20, 20, 20, 30, 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 30. 42 es reicht wenn ich auf aristokraten der wir kriege dann läuft okay hier haben wir holz angebaut genau ich brauche vor allem erst mal eins und das ist werkzeug ich muss die heereskosten dezimieren fällt mir gerade ein es ist tatsächlich wichtig ich glaube die brauche ich jetzt nicht mehr das sind permanent gelder die verschwinden ich muss noch irgendwo ein haben die frage ist noch wo den finde ich schon noch jedenfalls sieht unsere bilanz jetzt besser aus ich kann mir vorstellen dass eins der schiffe noch ein hat eins der schiffe was ich mal reparieren sollten die ich reparieren sollte das sieht gut aus das könnte auch eine kleine reparatur vertragen schiffsreparatur beendet so müssen uns eigentlich keine sorgen mehr machen um schiffsreparatur beendet ach das ist gar keins ach ich verkaufe die gewürze lassen wir mal so hier werden stoffe und gewürze mal eingeladen und hier werden gewürze und stoffe ausgeladen und dann geht es los die versorgung müsste jetzt eigentlich erst mal gesichert sein die sache mit den stoffen müsste ich ja eigentlich beenden und ehrlich gesagt die burg ist auch absolut nutzlos geworden ach die die hat heereskosten ich verstehe die hat 55 warum sie die heereskosten ich frage gar nicht habt ihr sie weg ja werkzeug wenn ich schlecht ehrlich gesagt den verkauf hier unten 30 tonne bisschen wenig wird ganz auf 60 gehen also aber eh nicht so schnell drüber so wir haben plus das ist gut verkaufen kann ich dem hier alles und ich muss jetzt echt mal gucken dass ich mir ein paar städte weiter bau die frage ist was brauchen wir brauchen auf jeden fall weintrauben und eigentlich brauche ich auch kakao ich finde den aufbau dieser kais immer so scheiße das ist wie die vorgefertigten inseln die sind immer furchtbar okay die wall könnte ich lassen aber da sieht auch mega mist aus ja die ist einigermaßen effizient die kann da bleiben aber ansonsten großteil hier muss weg ich würde sagen wir ich habe garantiert noch einen einkauf drin fällt mir gerade ein ja den sollten wir mal ausmachen das vergesse ich nämlich gern mal gebe ich ehrlich zu okay das war auch ein stück und ich würde sagen dann kann ich hier anfangen zu besiedeln hier oben oder hier eher hier unten sofern ich noch nahrung habe ein bisschen für den anfang wird sowas reichen allerdings kann ich mir ja überhaupt nichts leisten gerade das schöne am anpionieren ist ja die brauchen ja nix so steuern könnt ihr ruhig bezahlen damit sie es auch ein bisschen lohnt wir haben schon fast eine positive bilanz auf dieser insel nein pionierer hat einfach kein geld aber das wissen wir ja so gut ist die insel eigentlich auch nicht ich muss das wirklich überlegen wie ich das mache ich brauche auf jeden fall mehr geld okay tabak stoffe und nahrung